Nicht nur in der Bundesliga geht es bald weiter, auch der Afrika Cup steht in den Startlöchern. Das eröffnet uns dann einiges an Schnäppchenpotenzial in der Bundesliga und wir haben euch unsere Top 3 Picks mitgebracht. Nummer 1, Piero Hincapier. Aus unserer Sicht absolut gesetzt auf der linken Innenverteidigerposition, dadurch dass Tabsoba für Burkina Faso unterwegs ist. Hat aus unserer Sicht auch ein ähnliches Punktepotenzial, könnte locker zwischen 20 und 25 Millionen wert sein jetzt demnächst. Aktuell liegt der Marktwert bei knapp 14 Millionen, absolutes Schnäppchen. Auch für unsere Nummer 2 bleiben wir in Leverkusen und werfen einen Blick auf die Offensive. Hinrunde als MVP beendet, eigentlich ein Stürmer der Güteklasse, absoluter Top-Torjäger. Für uns liegt sein echter Marktwert aktuell bei bestimmt 30 bis 35 Millionen über die nächsten Wochen. Patrick Schick für unter 17 Millionen Euro Marktwert. Nummer 3, vielleicht ein bisschen unter dem Radar, aber demnächst gesetzt Jamie Leveling. Wir würden ihn so bei 12 bis 15 Millionen Euro bewerten, aktuell für 8,5 zu haben und in der Offensive immer für einen Scorer gut.